Ich wäre auch gern einer von euch, aber dazu habe ich gerade keine Zeit. Ich träume rund um die Uhr von Sounds, von Riffs, von Grooves. Morgens, mittags, abends, nachts, vor allem nachts. Morgens schlafe ich zu lange, mittags muss ich mich bei meinem Betreuer melden und abends gehe ich meistens zu meinen Onkels zum Jam. Ich bin ja wohl die letzte Generation, die das noch abgekriegt hat. Von meinem Opa habe ich als Kind dauernd was über die Nazis gehört. Das kommt noch aus eigener Erfahrung. Zwangsarbeit, Hunger, Lager, schwarze Winkel auf der Kleidung. Das ist ein Asozialer. Alle Sinti waren Asoziale und Kriminelle. All das wird ins Fleisch gedrückt, von Kind auf. Die Geschichten aus der bösen Zeit, so nennen wir das, die böse Zeit. Heimat ist für einen Sinto, wo seine Familie ist. Ist so. Und Schule ist dann das Ausland dazu. Das Leben macht Witze. Ich und Schule? Woltligos Unterricht? Nee, das geht gar nicht. Wie hier ist das, wie ich bin. Ich bin ich ein Fremgerin. then. Dann. Das ist es, wie ich bin.